Servus Leute und Willkommen. Es geht weiter in Rocket League. Wir spielen kompetitiv. Suche läuft und Beitritt läuft schon. Und gleich geht's los. Utopia Colosseum. One Ago. Nein. Boah, krass. Den hat er gerade noch. Alter, ich hab ihm schon verloren geglaubt. Habe ich ihn in der Vorlage? Nee, hab ich ihn nicht. So, jetzt. Rette ihn, komm. Ja, er ist noch mal gut gegangen. Sie haben Backup hinten dran stehen. So, ist gerade leer. Ja, ich bleib mal da hinten. Ja. Wir sind beide wieder nach hinten gefahren. Jetzt aufpassen. Komm weg. Mach schon mal weg. Bewusst geklaut. Nein. Ich hab nicht mehr drüber bekommen. Für die zwei. Aber momentan läuft das. Ah. Bisschen irritieren. Ist auch manchmal gut. Da ist er noch mal gesprungen in der Luft. Achtung. Gut. Der war aber auch voraussehbar. Nein. Ja. Ich hab schon gesehen, dass der geht. Ah, ich konnte echt nix mehr machen. Oh Mist. Oh Mist. 1-0 Rückstand. Aber wir waren bis dahin ganz gut dabei. Okay. Okay, die sind sehr gut. Okay. Er hat ihn ausgetrickst. Mist. Kein Druck mehr dahinter bekommen. Achtung. Okay. Boah. Aber die machen das schon ganz geschickt. Mich wundert das, dass die nicht im Team sind. Es sieht halt schon irgendwie nach Team aus. So, jetzt. Marin, Marin. Zwei Minuten noch, knapp. Shit. Ein bisschen Pust sammeln. Ja. Er bleibt noch vorne. Jetzt noch Gelegenheit. Noch eine. Shit. Ja. Okay, das war's. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das spielen die zu gut raus, denke ich. Also, seh ich gar keine Chance mehr. Auch bei über einer Minute noch. Bäh. Ah, da kommt noch einer. 61 Sekunden haben wir noch. 47. 40. Aber er macht die nicht. Oh Gott. Ich bin zerstört. Nee, nee. Noch einen. Aber den Mund nicht zu voll nehmen. Nein. 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 Oh Gott. Nase joggt. Ich kann nur noch hochspringen. 3, 2, 1. Finito. Ja, die haben sehr gut gespielt. Ja, eher weniger. Aber, naja. Ich geh mir gleich ins nächste. Ich vergesse ihn. Ich hab's letzte Mal gesehen. Man kann hier sofort Dreieck drücken. Dann sucht er schon. Hab ich nicht gemacht. Oder mach ich jetzt auch immer noch nicht. Aber ich hab mal gesehen, dass die Funktion existiert. Sucherläuft, Sucherläuft, Beidrittläuft, 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 Leuchte. Neue Spiel, neues Glück. Sind das NPCs? Ich bin ja NPC. Okay, der hat nicht so viel Ziehwasser. Ja. Einmal. Shit. 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 Das galt als Torschoss. Komisch. Da war es manchmal ganz andere. Oh mein Gott, ey. Wobei mein Glück wäre der jetzt aber reingegangen. Sonst, ah. Gut, ich hab noch abgedrängt hier den Gegner. Oh, guter Schuss. Wenn der jetzt noch geht. Oh. Noch eine Chance. Ne. Wird leider nix. Komm, komm, da steht keiner. Die tümmeln sich auf einem Fleck. Hier meine Teammates. Vielleicht nicht so gut, wenn man auf einem Haufen ist. Ich hab noch eine Chance. Ja. Noch, noch eine Chance. Bäh. Okay, jetzt hab ich's richtig vergurkt. Da hatten wir mal die Möglichkeit zwischen ich fahr jetzt hin oder ich ich vernachlässige die Abwehr. Ja. Oh. Schade. Aber wir schlagen uns grad noch. Tapfer. Jetzt kommt wieder Angriff. Nein. Oh, shit. Aber er hat ihn noch. Gut. Verteidigt. Nein. Nach hinten verlängert. Unfreiwillig. Aber mein Teammate schiebt ihn wieder aufs Feld. Da hat er noch gezögert, ob er da rausfahren soll. Oh, shit. Zerstört worden. Da vorne geht's noch mal. Nein. Nein. Ich hab's gewusst. Er macht ihn nicht. Er hat ihn nicht gemacht. Oh. Ich wär da gewesen. Nein. Nein. Nicht mehr berührt. Zu hoch. Ja. Er ist da. Ich bleib mal ein bisschen hinten. Zu übermotiviert. Ja. Es wird spannend. Es war auch eine Parade. Ball ist noch. Jetzt wird nochmal... Ich gehe lieber den Rückzug an. Ich bin nicht mehr jetzt. Jetzt bin ich da. Elf Sekunden. Ja. Der letzte Angriff gehört uns. Shit. Eins. Bitte nichts mehr gefährlich werden lassen. Null. Verlängerung. Boah. Das hat keinen Sieger verdient gerade. Mal gucken. Nein. Schade. Oh Mann. Da hätte ich mich jetzt übelst gefreut. Nehmen wir da ab. Und ich bin nicht da. 37. Jetzt wird die Zeit nicht abgezählt. Sondern hochgezählt. Mach ihn weg. Gut. 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 Da kommt mein Teamkollege. Noch ein Versuch. Ja. Komm. Mach ihn. Yes. Er hat ihn. Er hat ihn gemacht. Das war ein Battle. Boah. Spannend. Wertvollster Spieler. Hätte ich gar nicht gedacht. Welche Punkte habe ich? 311. Ja. Das ist echt nicht viel. Aber mein T-Mate 299. Ein Tor gemacht. Komm. Eins machen wir noch. Schon wieder hier. Schnellsuche. Vergeigt. Ich habe gerade unten auf mein Rekordlicht geguckt. Ich habe gerade gedacht, ich nehme gerade das Gameplay gar nicht auf. Boah. Wäre schade gewesen. Ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert. Das ist dann nicht so geil. Ich habe es einmal mit der Playstation Aufnahme. Also man konnte ja über die Konsole dann noch irgendwie eine Stunde zurück speichern. Das habe ich tatsächlich mal gemacht in der Karriere. Wo mir das Gameplay abhängt. Also wo ich es gar nicht aufgenommen hatte. Verbindung unterbrochen. Ich war doch gerade im Beitritt. Oder nicht? Geh mal doch mal raus. Und auch mal rein. Während du wartest. Ja, das war früher mal. Jetzt geht es ja relativ schnell. Jetzt braucht man nicht mehr ins Training oder im Itemshop. Vielleicht höchstens noch Garage. Itemshop war ich eh noch nie. Ich habe mir einmal so dieses Auto hier gekauft. Diesen Dominus. Oh nein. Ist das bitter. Oh mein Gott. What? Hä? Er hat ihn nicht gemacht. Okay. Wird wieder hier so ein Schlingel-Stück. Daneben. Jetzt. Das war Mist. Das sehe ich auch ein. Jetzt soll er mal hier attackieren. Ja. Jetzt haben wir einen drin. 1-0. Aber sehr unsichere Führung. Da kann noch viel schief gehen. So wie die jetzt gerade angegriffen haben vorher. So. Next. Next step. 2-0 wäre jetzt schon was beruhigenderes. Beruhigenderes. Boah. Ich habe ihn gerade noch erwischt. Einer ist noch hinten. Boah. Krasser Schuss. Galt noch als Parade. Jetzt mach ihn. Stand der Gegner im Weg. Boah. Das wäre was gewesen. Das wäre ein Abstauber gewesen. Das ist jetzt keine Parade oder wie. Ja. Ball kommt. Boah. Shit. Mach ihn weg. Super. Nein. Boah. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Habt ihr den gesehen? Der war voll hinterm Ball. Abgefälscht, aber. War jetzt nicht so von mir. Er war schon Richtung Tor beabsichtigt. Aber. Ich glaube dann die normale Flugbahn. Da wäre der gar nicht reingegangen. Wow. Der holt sich schon ein Boost ab. Ich habe nicht gesehen, dass er im Tor drin steht. Und. Yes. Okay, das ist jetzt eine sehr beruhigende Führung, wo man sagen kann, ja, ein bisschen zurücklehnen. Aber zweieinhalb Minuten knapp sind ja noch, sind ja noch, sind schon Stück und der kommt. Ja, jetzt sind es noch zwei Tore. Ah, da wurde das Tor geleert. Ah, da wurde das Tor geleert. Ich hätte hinten bleiben müssen. Ah, hat nicht mehr bekommen. Ja. Drei Sekunden und da kann sich schon wieder viel ändern. Ja, Gemeinschaftsproduktion. Ah, zwei Minuten. Hä? Wo geht er jetzt hin? Ah, da war nicht genügend Dampf dahinter. Ja. Ja. Da war nicht genügend Dampf dahinter. Da war die Entscheidung verkackt. Eine Minute noch. Genug Zeit. Genug Zeit. Ich bleib mal ein bisschen bedeckter. 55. Jetzt. Komm, drück ihn. Ja, jetzt. Ah, der ist drin. Sauber. Das war's. Game over. Mit letzter Kraft wollte er noch rausholen. Oh, sie spielen weiter. Sie glauben noch an sich. Sind ja auch ein Team. Ah, nee. Okay, hab ich mir fast gedacht. Also, ich hätte jetzt keinen Elan mehr gehabt. Ja, Leute. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und wir sehen uns ansonsten, wenn ihr Lust habt. Beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.